Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch die neue Wish Upon a Star Limited Edition von Essence vorstellen. Ich habe mir zwei Produkte aus der L.E. gekauft. Wie ihr wisst, bin ich ein riesen L.E. Liebhaber aus der Drogerie. Ich teste mich da unglaublich gerne durch und bin immer sehr, sehr gespannt, was so die Drugstore Brands Neues rausbringen. Vor allem sprechen mich da natürlich... Ich sterbe schon wieder. Vor allem sprechen mich da natürlich die Lidschattenpaletten an. Ihr wisst, ich liebe Lidschattenpaletten und ja, die meisten L.E.s beinhalten ja welche, deshalb bin ich da immer sehr hyped. Die Wish Upon a Star Limited Edition ist die Weihnachts Limited Edition von Essence und ja, die sprechen mich meistens sehr, sehr an. Und sie besteht eben aus einer Lidschattenpalette. Dann habe ich mir das Pinselset gekauft. Es gibt, glaube ich, noch irgendwie so ein Glow Oil, dann so ein pH-Changing-Lip-Dings. Ja, das hat mich alles nicht so angesprochen, sondern eben das Pinselset, weil ich Essence-Pinsel sehr, sehr gerne mag. Und natürlich die Lidschattenpalette, weil ich die halt auch wunderschön finde. Das ist so ein dunkelblauer Samtstoff und dann habt ihr halt hier die Sterne. Also wirklich wunderschön. Und so sieht sie von innen aus. Ich finde das Design schon unglaublich süß mit den Sternen. Also das hat mich ja schon sehr begeistert. Ich finde auch, dass die Sterne eine sehr, sehr gute Größe haben. Wenn wir uns jetzt an die Essence Disney Princess Limited Edition, dieses Wort, ich sage jetzt einmal nur noch L.E. Wenn wir uns an die Disney Princess L.E. zurück erinnern, die ich ja vor zwei oder drei Videos getestet habe, da waren ja auch so Sternchenpans mit in der Lidschattenpalette drin. Und die fand ich winzig. Und die sind halt echt eine sehr, sehr gute Größe, um da auch mit dem Pinsel reinzukommen. Also das gefällt mir schon mal besser. Auch das Farbschema finde ich sehr schön. Gerade mit dem Ton und dem Ton. Die werde ich auch benutzen für den Look. Ja, also hat mich sofort angesprochen. Und ich muss da natürlich direkt zuschlagen. Die Palette kostet 7,95 Euro, was ich einen guten Preis finde. Und dann habt ihr eben dieses Pinselset. Das kostet 4,95 Euro. Ihr habt einmal so einen flachen Lidschattenpinsel. Und eben, ja, für mich ist das ein perfekter Anderei-Pinsel oder um Blush aufzutragen zum Beispiel. Und das Design ist auch wieder unglaublich schön. Ihr habt es hier unten weiß. Und dann geht es eben in so Goldglitzer nach oben. Ja, ich liebe Essence-Pinsel. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis da sehr, sehr gut. Und schlage da meistens auch zu, wenn die eben in die Limited Editions kommen. Weshalb ich auch dieses Mal zugeschlagen habe. Den würde ich jetzt nicht testen. Aber der fühlt sich wirklich spitze an wieder von der Qualität her. Und, ja, würde aber den natürlich für den Lidschatten-Look nachher benutzen. Und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal. Als erstes würde ich mal in den Braunton hier gehen und mir den einfach mal großflächig in die Lidfalte aufgeben. Ja, ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von Essence-Lidschatten. Ich finde, dass da das Preis-Leistungs-Verhältnis immer sehr stimmt. Und auch die Pigmentierung und eben das, wie sich die Shadows verarbeiten lassen, immer sehr, sehr gut für mich funktioniert. Jetzt bei den Disney Princesses, Princesses, Disney Princess Paletten. Das ist auch so ein geiles Wort. Die fand ich jetzt eher so semi von der Qualität her, muss ich ehrlich sagen. War das erste Mal, dass ich von der Essence-Lidschatten-Palette nicht total überzeugt war. Aber, ja. Der Braunton ist halt ein helleres Braun. Ist aber eine super Farbe, finde ich, um so in der Lidschatten-Falte, in der Lidfalte... Also, heute bin ich wieder völlig durch den Wind. Ist ein schöner Ton, um so in der Lidfalte eben anzufangen und so eine Base aufzubauen. Genau. Als nächstes würde ich dann in diesen dunklen Ton schon direkt reingehen. Und den, ja. Setze ich mir da so ein bisschen drüber noch. Nicht mehr ganz so hoch. Aber trotzdem noch ein bisschen großflächiger verteilen. Ja. Wie gefällt euch denn diese Limited Edition? Spricht euch das Farbschema der Palette an? Oder sagt ihr, nee, hm, ist nicht so meins? Ich finde halt, dass es mal ein anderes Farbschema auch für eine Weihnachtspalette ist. Sonst war Essence da immer sehr in dem goldroten Bereich. Was ja auch schön ist. Aber mir gefällt halt das mit diesem Mauve-Ton und mit dem Dunkelblau sehr, sehr gut. Weil es halt mal ein bisschen was anderes ist, ne? Und das spricht mich natürlich sehr an. So, jetzt gehe ich mal noch ein bisschen mehr rein. Ich war jetzt gerade relativ sanft in der Farbe drin und möchte das jetzt aber einfach noch ein bisschen mehr aufbauen. Und ihr seht auch, dass das gut funktioniert. Eine wirklich sehr, sehr schöne Farbe, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Dann würde ich in den Außenwinkel mit dem Blauton gehen. Ist ja klar, dass ich den benutzen muss. Das ist eher so ein Satin-Finish, hätte ich jetzt gesagt. Also da habt ihr wirklich Glitzerpartikel mit drin. Ist nicht so ein extremes Metallic wie die anderen Shades. Aber eher so ein bisschen so ein Satin-Shade. Und den setze ich mir mit dem Pinsel mal hier auf. Dafür finde ich, ist so ein Pinsel immer sehr, sehr gut geeignet. Und dann nehme ich mir ein bisschen kleineren Pinsel. Und ohne frisches Produkt blende ich den blauen Shades so ein bisschen hier noch mit in die Lidfalte ein. Ich habe mir den erst mal mit dem anderen Pinsel aufgesetzt, um einfach hier die größtmögliche Farbabgabe natürlich hinzubekommen. Und dann, finde ich, kann man da immer ganz gut so ein bisschen verblenden. Dann habt ihr hier unten eine tolle Pigmentierung. Und nach oben hin könnt ihr es dann einfach halt ein bisschen ausblenden. Ihr seht auch, der Pinsel nimmt das Produkt ganz gut auf. Und blendet das so ein bisschen. Und das, was ich jetzt auf dem Pinsel drauf habe vom Verblenden, das ziehe ich mir jetzt hier so ein bisschen noch runter. Einfach um den Übergang natürlich schöner zu gestalten. Und das Gleiche mache ich jetzt auf dem anderen Auge auch noch. Ich finde, dafür ist der Pinsel hier wirklich sehr, sehr gut geeignet. Weil der das Produkt toll aufnimmt. Und ja, von der Form her kann ich den Shadow auch sehr, sehr gut eben draufsetzen. Also ist eine schöne Pinselqualität, muss ich sagen. Gewohnte Essence-Pinselqualität. Also falls ihr das schon kennt und schon öfters mit Essence-Pinseln gearbeitet habt, das ist wirklich wieder eine sehr, sehr schöne Qualität. Ja, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und dann würde ich in den goldenen Stern gehen. Oh wow, okay. Das sieht wirklich aus wie so Liquid Gold. Wow. Ja, sehr, sehr schön pigmentiert. Ich liebe ja die Essence-Schimmer-Qualität. Das sind einfach, ja, bis auf in den Disney-Princess-Paletten sind das halt einfach so richtig geile Metallic Shades. Um es mal so auszudrücken. Aber wirklich spitze. Ich meine, ihr seht das ja. Wow. Wow, wow, wow. Ich zeige euch natürlich auch gleich noch Swatches von den anderen Shades. Aber das finde ich schon mal wirklich sehr gut. Wie immer habe ich euch da natürlich noch Swatches. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Schaut euch bitte diesen dunkelblauen Ton an. Man sieht, dass er so ganz leicht Schimmerpartikel drin hat. Und auch die anderen Schimmer sind spitze. Der matte Ton ist toll. Also, ja, das ist wirklich eine super Qualität. Der Ton kommt ein bisschen toned down, würde ich jetzt sagen. Also er ist nicht ganz so ein knalliges Pink, wie er in der Palette ist. Gefällt mir aber so sogar besser. Und ja, also ich bin begeistert. Falls euch dieses Farbschimmer anspricht, dann schlagt zu. Das ist wirklich eine tolle Qualität. Der Look gefällt mir sehr, sehr gut. Ich möchte auf jeden Fall noch was mit den Shades machen. Aber ja, also ich liebe es. Ich finde es eine tolle Qualität. Auch die Pinsel finde ich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, falls euch das Farbschimmer anspricht, dann werdet ihr es nicht bereuen, die Palette gekauft zu haben. Das ist wirklich wieder die super Essence-Qualität. Die Schimmertöne sind butterweich und spitze pigmentiert. Auch die matten Töne sind von Essence, finde ich, immer so cremig. Also ich bin begeistert und ich freue mich, dass ich die Palette habe. Ansonsten hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!